Hartball TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Hallo, mein Name ist Eric Schaaf. Ich bin 25 Jahre alt und beim SV Sandhausen seit 2014. Nach den Spielen hat er öfters mit mir geredet und auch nach meinem Werdegang nochmal gefragt, weil er mich auch von früher kannte und auch genauer wissen wollte, aus welchem Grund das alles so gelaufen ist. Und ja, letztendlich hat er dann mir nochmal die Chance gegeben, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin. Dafür bringe ich viele Stunden und Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau und mit meinem Kind. Und ja, das ist eigentlich auch primär so, wo ich drauf meine Augenmerk lege. Da ich linker Verteidiger bin, ist schon Lise Razou von Bayern früher so mein Vorbild, weil er auch meine Statur hat und ja, es war schon ein sehr, sehr guter Spieler. Mein Ziel ist eigentlich, dass ich mal Einsätze in der zweiten Bundesliga bekomme und auch da zeigen kann, was ich kann und ja, was alles dann passiert, das wird man dann sehen, aufgrund meiner Leistung auch. Hartwald TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.